so frauen und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen tutorial und zwar geht es heute in diesem video darum wie man den shaders mod 1.8 und optifine 1.8 gleichzeitig installieren könnten auch gleichzeitig nutzen kann denn ihr wisst ja ich hatte vor einiger zeit mal kleines tutorial gemacht wie man das ganze zwar installieren kann aber jeweils konnte man immer nur alles einmal getrennt nutzen spricht man konnte entweder nur optifine für die 1.8 nutzen oder nur den shader für 1.8 und jetzt ist endlich möglich möglich das ganze zu kombinieren und deswegen würde ich sagen fangen wir mal direkt an und zwar habt ihr in der video beschreibung einmal zwei links einmal optifine 1.8 und einmal den shaders mod 1.8 und ich würde mal sagen wir beginnen einfach mal der reihenfolge nach und fangen einfach mal direkt mit optifine für die 1.8 an und zwar klickt einmal auf den link optifine 1.8 download und dann öffnet sich die typische seite hier mit dem in der optifine liste und dort ladet ihr euch den die optifine version 1.8.0 hd uc 7 runter nicht die 1.8.1 version sondern die 1.8 version dann habt ihr einfach die möglichkeit dort noch mal auf den download zu klicken klickt immer dort runterladen oder download an und dann könnt ihr euch das ganze im endeffekt schon installieren das heißt ihr öffnet es einfach mal per doppelklick und schon könnt ihr das ganze installieren ist es ganz einfach man muss gar nicht viel machen das ist sehr praktisch man muss keine dateien rüber ziehen hier und da sondern könnt es dort einfach dann installieren das gleiche machen wir mit dem shaders mod ihr geht wieder in die beschreibung ladet euch dort den shader runter klickt ihn an dann geht er auf der seite unten auf download shaders mod 1.8 landet ihr bei dropbox und dort könnt ihr euch bei dropbox dann den shaders mod runterladen das gleiche wie optifine ist auch hier der fall ihr klickt einfach auf die heruntergeladene datei macht einmal doppelklick darauf und installiert euch damit den shaders mod dann öffnet ihr einfach mal kurz minecraft denn ihr habt ihr alles installiert könnt jetzt minecraft öffnen und seht auch schon dass alles perfekt eingestellt ist einmal die 1.8 shaders mod und auf der anderen seite seht ihr einmal ob die fein und dann könnt ihr auch schon auf play game klicken und das ganze mal ausprobieren hier sind wir schon jetzt im spiel drin ihr seht es funktioniert das einwandfrei der shader ist aktiv und natürlich noch perfekte shader packs dazu habt könnt ihr natürlich noch ein schönes shader pack auswählen und somit den spaß des shaders und optifine gleichzeitig nutzen das war es auch schon mit diesem kleinen tutorial das war nicht relativ einfach weil es eigentlich gar nicht mehr so schwer ist das ganze zu installieren wenn man einfach nur alles per doppelklick machen muss und nicht per drag and drop alles noch irgendwie in irgendeinen ordner ziehen muss und ich würde mal sagen für euch war es ein bisschen verständlicher oder ich hoffe es war für euch verständlicher weil das ganze beim letzten mal noch ziemlich unverständlich noch rüber kam und deswegen hoffe ich euch dass das alles gefallen hat wenn es irgendwie noch fragen gibt einfach in die kommentare damit wenn es bei euch nicht funktioniert einfach mal alles fragen in die kommentare wie auch immer ich versuche euch da wie möglich dann zu helfen wie es mir nur wie es nur geht und dann würde ich sagen dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns dann ganz normal morgen wieder tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020